Hallo Gemeinde Rock'n'Roll! Was sehen wir hier? Wir sehen hier den Original Krümmer der 890 Duke R von 14 Tagen. Ihr erinnert euch rückwärts Tuning pas excellent und deswegen haben wir jetzt hier natürlich diesen China Bomber Krümmer da runter gerobbt und haben jetzt gesagt wir gucken jetzt alles aller erstes mal was denn der Serien Krümmer jetzt wieder ändert. Also das Setup bleibt unverändert. Evo Mapping ist aufgespielt original von KTM das letzte mal auch schon drauf war. Der Zwischenschalldämpfer von der Firma Arrow ist noch verbaut ohne Cut und der SC Project Endschalldämpfer bleibt natürlich auch verbaut. Nur wie gesagt der Krümmer ist geändert. Ja jetzt gucken wir mal als allererstes was jetzt passiert. Wir sind gespannt. Ich stelle euch mal hin. So dann alles angeklemmt und dann gucken wir mal ob wir die Leistung wieder ein bisschen nach oben bekommen und vor allen Dingen wie sich das Evo Mapping mit dem Original Krümmer verhält. Dann geht das los. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und los geht die wilde Fahrt und wir starten natürlich mit der Serienleistung von damals, wo das Motorrad flammeneu war, mit 118,16 PS in der Spitze. Und ein Drehmoment von 94,06 Nm. Nochmal zur Erläuterung, die durchgehende Linie ist die PS-Leistung, die gestrichelte Linie ist das Drehmoment. So, dann, letzte Messung von 14 Tagen mit dem Super China Krümmer. Ja, legen wir drüber und, ja, was da rausgekommen ist, wissen ja die meisten. Evo-Mapping, sehr fett und hier eigentlich wesentlich besser, 79 Nm zu 87 und hier auch ein bisschen mehr PS. Ja, ein bisschen mehr ist gut, also 6 PS in dem Bereich mehr, bedingt durch natürlich die, ja, große Menge an Kraftstoff. Aber dann hier oben geht es dann steil bergab, hier geht es einen riesen Knick. Entschuldigung, und hier geht es dann richtig nach unten auf gerade mal 111,57 PS und 93 Nm. So, und jetzt hat man natürlich den Krümmer nur, also dieses Setup, blaue Kurve, nur den Krümmer entfernt. Und den Serienkrümmer drauf gemacht. Und siehe da, da ist wieder Leistung. Also wir haben hier im ganzen Bereich, ich mache mal die Serienleistung weg, warte mal, so, dann sieht man es besser. Ja, wir finden Leistung hier im Bereich 6.500 Umdrehungen, 7 PS, 8 Nm. Und im ganzen Bereich hier oben rum alles eine ganz glatte Kurve, der Knick hier oben ist auch weg. Also hier haben wir sogar einen Unterschied von 98 PS zu 106 PS, also 8 PS mehr, weil dieser Knick jetzt natürlich weg ist. Und eine Endspitzenleistung von 115,40. So, das ist natürlich immer noch keine Serienleistung erreicht. Aber, ihr wisst, wenn ich jetzt hier nochmal die Serienkurve drüber lege, wie schlecht natürlich im unteren Drehzahlbereich, im mittleren Drehzahlbereich die Serie abgeschnitten hat. Also das ist natürlich total hackelig und furchtbar zu fahren. Da ist diese Kurve, die grüne, schon wesentlich schöner. Na klar, bedingt natürlich auch durch viel, viel mehr Kraftstoff. Aber, ihr seht alleine an diesem Umbau, was dieser Krümmer bewirkt oder wie er negativ auf die Leistung eingewirkt hat, dieses Schiener Gewürm. Also daher sollte man sich immer gut überlegen, was man sich wirklich an das Motorrad ranschraubt. So, dann geht's weiter. Wir haben ja noch was im Köcher. Ja, ne? Also, nur den Krümmer, der montiert, also dieses Schiener-Ding hier. Und wir haben wieder 115 und ein paar kaputte PS in der Spitze. Und sogar bei diesem Drehmomentknick und Leistungsknick bei 7,8, der ja vorher mit dem Ding vorhanden war, der ist weg. Und das ist jetzt ein Unterschied von roundabout 8 PS und sogar etwas mehr. Ja, also, wir sehen, wenn wir uns jetzt nochmal das Bild anschauen, ich habe mal beide Krümmer auf dem Boden nebeneinander gelegt, sagt einem eigentlich schon der gesunde Menschenverstand, dass das Ding nicht funktionieren kann. Ja, also allein von den angeschweißten Winkeln hier. Ah, was soll das? Warum hat man das gemacht? Um mehr Bodenfreiheit oder mehr Freiheit auf der rechten Seite zu erzielen, damit der Krümmer nicht in der Schräglage schleift? Oder warum? Was soll das? Und vor allen Dingen natürlich, je mehr Biegungen ich hier reinmache, umso schlimmer wird es. Umso mehr beeinflussen wir oder beeinflussen wir negativ den Abgasstrom. Gut, so. 115 PS sind aber immer noch nicht mal Serie. Wir hatten ja mal 118 mit dem Neufahrzeug. Und die versuchen wir natürlich jetzt mindestens mal wieder zu erreichen. Wir gehen jetzt weiter. Jetzt versuchen wir erstmal das EvoMap darunter zu schmeißen. Ich habe folgendes machen lassen. Ich hatte noch eine ECU von einer 97er. Und die haben wir jetzt umflaschen lassen bei Martin bei MCE. Und zwar, wir haben jetzt ein geklontes Steuergerät. Wir können jetzt beide Steuergeräte auf diesem Fahrzeug benutzen, was normalerweise ja nicht geht, weil die haben ja Wegfahrsperre und so weiter und so fort. Aber geht nicht, gibt es nicht. Kennt ihr ja. Und wir haben natürlich eine Möglichkeit gefunden, jetzt natürlich nur für Testzwecke, das Steuergerät so umzuflaschen, das andere Steuergerät, dass wir jetzt quasi zwei Steuergeräte haben und wechseln können zwischen Evo und dem normalen Standard. Was war hier drauf? Euro 4. Also daher können wir jetzt mal gucken. Stecken wir einfach mal um. Was passiert jetzt, wenn wir einfach mal dieses mega, mega fette Racing-Mapping hier runterschmeißen und einfach das normale Euro 4 draufpacken. Machen natürlich jetzt direkt noch eine Rastermessung mit dabei, damit wir wissen, wie es um das Abgas steht. Und vor allen Dingen, dann können wir mal vergleichen, wie fett läuft das EvoMap. Map, das habt ihr ja schon gesehen in der Folge davor. Und wie mager läuft das Euro 4 Mapping. Und deswegen würde ich sagen, geht das los. So, und jetzt seht ihr halt hier die Rastermessung, so wie ihr es kennt. Und wie auch im letzten Video schon gezeigt, also im letzten Video von der 98, das EvoMapping. So ist das programmiert. Und das ist schon relativ gut fett. Also fett heißt, hier sind wir bei einem Air Fuel Ratio von 12,45 zu 1 bei 30% Rasselklappe und 5000 Umdrehungen. Also wer es auch gerne in Lambda möchte, der seid ihr bei Lambda 0,85. Ja, diese Bereiche sind eigentlich fast überall zu finden hier. 12,9, 12,8, 12,5 und so weiter und so fort. Bis oben rum Vollgas natürlich auf jeden Fall. Da brauchen wir ja viel Sprit, damit das Ding schön kühl läuft. Aber natürlich auch der untere Bereich mega fett. Und auf der Straße habt ihr dann natürlich das große Problem der Ölverdünnung. Das predige ich ja immer. Zu fette Maps, nix gut. Aber gut, wir haben jetzt hier einen gleichgelagerten Motor. Das ist nicht so dramatisch wie bei einem Einzylinder. Aber trotzdem, eigentlich hier verballert ihr eine Menge Sprit für nix. Und packt euch das Zeug auch nur ins Öl. Das wollen wir nicht. So, wenn wir jetzt dagegen mal das Euro Mapping nehmen, also das Standard Euromap, seht ihr natürlich hier ganz andere Zahlen. Das seht ihr auch gleich bei der Vollgaskurve, bei der Leistungsmessung. Hier ist überall 14, 14, also 14, 4, 14, 4, 14, 5. Also fast wie festgetackert. Seht ihr hier die Werte, die halt der Closed Loop vorgibt bei diesem Motorrad. Und stellenweise haben wir halt, je nachdem, wie halt die Drosselstellung ist, die Drosselklappenstellung ist, kommen hier auch Magerspitzenwerte hin von über 15. Die kommt so nur kurzfristig. Die seht ihr jetzt hier nicht. Weil das ist ein bisschen zu träge, das System. Aber daher kommen auch diese Mager-Ruckel-Geschichten halt. So, daher schauen wir uns jetzt mal die, also die Unterschiede an zwischen diesem Map und diesem Map anhand der Leistungskurve. Bricht da so viel Leistung weg, wenn wir mager auf, also wenn wir so mager fahren, oder ist das gar nicht so dramatisch? Das erfahren wir jetzt. Okay, dann starten wir rein. Und das ist, wie gesagt, die Leistungskurve von gerade mit dem Evo-Mapping. Und jetzt legen wir das Euromap drüber. Also nichts verändert am Fahrzeug an der Hardware. Also original Krümmeranlage, Mittelschalldämpfer von der Firma Arrow ohne Cut. Und dem SC-Project-Endschalldämpfer. Und wir sehen, ja, wenn Kraftstoff fehlt, geht es dann auch mit der Leistung etwas in den Keller. Wir haben also hier Verluste von knapp 6 PS. Hier auch ungefähr, ja, 7 PS fast. Und das Drehmoment wird auch weniger. Und wenn wir uns jetzt mal die AFR-Karte, die AFR-Vollgas-Geschichte anschauen, dann sieht man auch, warum das passiert. Wir haben also hier gerade im Vollgas-Bereich Werte von 15 zu 1, 14,88. Und so zieht sich das halt so lange, bis der Closed-Loop vorbei ist. Und dann eben halt hier ab 8.000 geht es voran. Dann läuft alles fett. Und dementsprechend auch in einem Bereich, wo man dann auch mit leben kann. Selbst bei dem Euromap bei Vollgas sind wir da bei 12,59 oben rum. Weil hier wird halt nicht mehr gemessen. Alles, was hier passiert, ist halt der sogenannte Closed-Loop. Ja, daher geht es so, ne? Das ist das berühmte Problem eben halt. Cut raus, Map rein. Jetzt haben wir kein Map mehr. Jetzt ist das Map raus und der Card ist trotzdem noch weg. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das ändern können und was dann dabei rauskommt. Ja, und wir sehen, der Leistungseinbruch mit dem Standard-Mapping ist gar nicht so dramatisch. Im Übrigen habe ich mich jetzt nochmal schlau gemacht in puncto Euro 4 oder Euro 5 Maps. Es gibt da eigentlich keinen Unterschied bei den 97, 98, Duke und Adventures, weil Euro 5 waren die alle schon vorbereitet. Nur in den Bereich vor 21 waren da bestimmte Regelbereiche noch etwas anders. Die sind jetzt halt dementsprechend angepasst. Aber die ganze Sicherungsthematik war ja schon drin und auch diese ganze Sondenüberprüfung und alles, was eben halt in der Euro 5 jetzt gefordert wird, war schon in dem Bosch-Steuergerät vorhanden und auch schon aktiv. Daher gibt es eigentlich kein Euro 4 oder Euro 5. Es gibt ein Serienmapping für die Dinger und fertig. So, aber wir sehen natürlich, das Evo-Map ist wesentlich fetter oder sehr fett und das Euro-Mapping ist dementsprechend wesentlich magerer. Gerade im Vollgasbereich, habt ihr ja auch gerade im Raster gesehen, also das sind Bereiche, die eben halt genau dieser Abgasregelung geschuldet sind. Jetzt ist ja immer mein Predigen, macht ihr den Cut raus, muss ein Mapping rein. So, jetzt gehen wir ja genau den Schritt wieder zurück. Wir schmeißen ja das fette Map raus und haben keinen Cut verbaut. Das heißt, wir werden jetzt den Arrow-Mittelschalldämpfer demontieren oder beziehungsweise den habe ich natürlich schon demontiert. Ich habe ja was vorbereitet und habe den Original-Mittelschalldämpfer wieder verbaut inklusive Katalysator. Das heißt, wir versetzen das Fahrzeug in ihren Ursprung, in das Ursprungsverhalten von letztem Jahr, wo das Fahrzeug neu war und wo wir dann den ersten Endschalldämpfer getestet hatten. Mit diesem Fahrzeug, das sind HP-Cores, vielleicht erinnert ihr euch, ich blende das Video mal oben ein. Und dann können wir mal direkt vergleichen, was passiert. Euro-Mapping, Original-Cut, Original-Krümmer und nur einen geänderten Endschalldämpfer. Und was dabei rauskommt, das sehen wir jetzt. So, dann geht hier nahtlos weiter und wir starten jetzt wieder mit der Kurve von gerade. Also Euro-Map, Serien-Krümmer und Arrow ohne Cut, inklusive SC-Project. Und jetzt legen wir die Kurve drüber mit Katalysator und wir sehen, alles wird besser. So, blaue Linie, ein Träumchen, schöne, geschwungene, ohne Berg- und Tal-Kurve, wunderbar. Und wir haben sogar wieder 116,25 PS gefunden. Ihr seht, bei diesem Fahrzeug macht die Entfernung des Cuts mit so einem Zwischenschalldämpfer, selbst mit so einem Zwischenschalldämpfer, nicht wirklich Sinn, wenn man weiterhin mit dem Euro-Map unterwegs ist. So, jetzt können wir nämlich hier auch einen direkten Schalldämpfer-Vergleich machen, weil der Kunde hatte ja vorerst ja in dieser Konfiguration schon mal den HP-Course hier testen lassen. Und dafür machen wir jetzt mal die Anfangskurve weg. So, ich muss die jetzt auch immer wieder neu anwählen und schließen, weil ich habe hier einen Software-Bug drin, weil wenn ich hier nur Verstecken mache der Kurven, geht mir hier unten die Leistung weg, also die Leistungsanzeige. Okay, daher müssen wir das jetzt so machen. Und das war jetzt hier die Kurve mit dem HP-Course. Ja, und wer da gewonnen hat, müssen wir nicht großartig darüber diskutieren. Also der SC-Project, wahrscheinlich auch durch sein größeres Volumen, der wesentlich bessere Schalldämpfer und wirklich auch zu empfehlen für das Motorrad. Ihr seht, die ganzen Drehzahlbereiche, mehr Leistung, mehr Drehmoment. Und gut, Spitzenleistung ist die gleiche, aber auch dann erst bei 9,5. Daher den SC-Project auf jeden Fall zu empfehlen. Und jetzt für die Leute, die natürlich sagen, ja, aber 118 PS hört sich besser an als 116. Alles eine schöne Sache, aber jetzt lege ich euch mal die Serienkurve nochmal drüber, ganz am Anfang. Und jetzt nehmen wir nochmal die HP-Course weg. So, und da seht ihr, klar, wir haben jetzt hier 118 zu 116. Knapp hier da 118. Aber, ne, der Rest ist ja wesentlich besser in der Leiste, im Leistungsverhalten. Also dann kann man, wie gesagt, oben auf die zwei PS kann ich locker verzichten, wenn ich hier unten dafür so eine schöne oder eine bessere Drehmomentkurve kriege. Und auch ein besseres Laufverhalten im ganzen Drehzahlbereich. Gut. Das zu diesem Thema und dann machen wir weiter. Ja, und was ist, wir sind wieder auf der Leistung, die wir schon mal hatten. 116 und ein paar kaputte. Und ihr habt gesehen, die Überlagerung der beiden Kurven von letztem Jahr mit dem HP-Course Endschalldämpfer und Restserie. Und heute mit dem SC-Project spricht ganz klar für den SC-Project, also das ist auch der bessere Schalldämpfer, spricht oder kommt mir natürlich auch wieder entgegen, weil natürlich dieser SC-Project wesentlich größer ist, mehr Volumen hat und auch so viel schöner dann zum Fahrzeug passt. Mehr Volumen im Endschalldämpfer, dementsprechend auch bessere Leistungsausbeute, gerade im mittleren Drehzahlbereich, habt ihr ja gerade gesehen. So, jetzt haben wir quasi alles wieder rückgerüstet. Und jetzt wollen wir aber auch irgendwie mal wissen, ob denn da auch noch was geht. Also wir hatten ja offiziell beim Seriemotorrad 118 damals gemessen, allerdings mit einer furchtbaren Leistungskurve, das habt ihr ja vorhin schon gesehen. Wir können ja gerne auf zwei PS oben rum verzichten, wenn sie unten rum natürlich noch ein bisschen besser läuft, das ist ja auch ganz klar. Wir wollen eigentlich Drehmoment und PS-Leistung im unteren, mittleren Drehzahlbereich haben. Ob ihr oben 118 habt oder 116 oder 116,5, das merkt eh kein Schwein, das ist relativ uninteressant. So, was können wir machen? Und da haben wir jetzt was für. Ihr wisst ja, dass ich mit den 6,90ern ja jetzt schon mehrmals im Versuch war mit diesem berühmten Lambda-Sondenmanager von der Firma Kober. So, das Ding haben die auch für die 8,90 und ich kann heute quasi in einer Weltpremiere verkünden, er ist da und er funktioniert. Also, das Gerät tut tatsächlich sogar wunderbar, da kommen wir gleich zu. Ich habe den jetzt wirklich mit diesem Motorrad rauf und runter getestet, auch Fahrtests gemacht, Fahrsimulationstests, wie zu schön heißt. Also, richtig, nicht nur hier das normale Raster gefahren, sondern auch wirklich hier Kilometer mit dem Ding gemacht auf der Rolle. Man kann hier so einen quasi Fahrsimulationstest einstellen mit Last auf der Rolle, wenn man nur beschleunigt und wie viel Last und hin und her und trala. Und das Ding funktioniert tip top. So, die Frage ist jetzt, was macht das Ding? So, das ist eigentlich relativ einfach. Wenn ihr die Dinger ja noch kennt, diese kleinen Lambda-Sonnen-Eliminatoren für die 6,90er bis Euro 4 ging die ja, die setzen ja einfach die Lambda-Sonde außer Kraft. Und mit diesen beiden Widerständen wurde ein Dauersignal zur ECU gesendet, dass eben halt der ECU vorgegaukelt hat, ah, der Motorrad läuft ein bisschen zu mager, fett da mal ein bisschen an. So, im Endeffekt tut dieses Gerät hier nichts anderes. Allerdings ist das etwas elektronisch aufwendiger, weil, wie ihr ja wisst, diese ECU, der Apparat hier bei der 8,90er oder beziehungsweise das Steuergerät von der Firma Bosch, wesentlich komplexer ist. Natürlich dann auch im Euro-5-Modus läuft, sich permanent selber überprüft, guckt, ob alles stimmt, wenn was nicht stimmt, meckert das sofort und es haut euch einen Fehler rein. So, das dürfen wir natürlich nicht, das wollen wir ja auch nicht, das hatten wir ja bei der 6,90er momentan das Problem. Hier ist es ja so, dass dieses Fahrzeug natürlich eine viel, ja, eine höhere Rechenleistung hat im Steuergerät und auch mit zwei Breitbandsonden fährt, serienmäßig. Das heißt, die ganzen Einspritzzyklen werden permanent überwacht und so auch dementsprechend angepasst, dass das Fahrzeug nur in diesem Modus läuft, wie das Steuergerät das hinterlegt hat. Deswegen gab es momentan immer nur die Variante, das Euro-Mapping oder halt das Evo-Map. Jetzt können wir aber hingehen und können tatsächlich mit diesem Gerät die Lambda-Sondensignale so verziehen, dass das Steuergerät das A nicht merkt und B, das macht trotz seiner Sicherungsüberprüfung, was wir gerne hätten. Und zwar, wir hätten ja gerne ein bisschen mehr Sprit. Jetzt dürft ihr dieses Gerät aber nicht so als Tuning-Teil ansehen. Ihr müsst es eigentlich genauso ansehen wie diesen kleinen Lambda-Sondensignale bei der 6,90er. Im Endeffekt wollen wir nur diesen geschlossenen Reselkreis, also diesen Closed-Loop-Bereich bei der 8,90 oder 7,90 ein bisschen anfetten, um da einen vor allen Dingen sauberen Motorlauf zu realisieren. Die meisten von euch, die so ein Ding haben und Serie durch die Gegend fahren oder vielleicht ein bisschen Luftfilterkasten, Deckel oder Schallenthalter gemacht haben, wissen, worum es da geht. So mittlerer Drehzahlbereich, so Stadtverkehr oder irgendwo über Land hinter dem Auto her. Das ist relativ nervig, weil das Ding ziemlich rum ruckelt. So, das behebt das Gerät schon mal sofort. Der Closed-Loop ist bei diesem Motorrad extrem lang, weit geregelt. Also das Motorrad, das Steuergerät, regelt weit, 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 weit in die hohen Drehzahlen rein, die das Einspritz, also das Abgasverhalten des Motors. Und dementsprechend ist es schwierig, da auch ein bisschen einzugreifen. Das ist jetzt, wie gesagt, machbar mit dem Lambda-Sonnen-Manager. Wir haben auch noch genau zwei Möglichkeiten, wir haben auch noch zwei Maps zu schalten, aber kommen wir aber gleich zu. Aber wichtig ist erstmal, was macht ihr überhaupt, wie sieht die AFR-Kurve aus, wie sieht der Raster aus, wenn wir mit dem Lambda-Sonnen-Manager fahren und wo ist der Unterschied zur Serie. Und das machen wir jetzt. Ja, dann kommen wir wieder zu den trockenen Zahlen und hier seht ihr jetzt einen Last-Test. Also das ist auch ein Raster quasi, aber wir haben jetzt hier mal unter Last eben halt eine Fahrsimulation gemacht. Das heißt, ich kann auf der Rolle einstellen, wie viel Last ich im Hinterrad haben möchte und dann auch nur bei der Beschleunigung zu einer bestimmten Beschleunigung, also quasi als würde ich auf der Straße fahren. Und hier seht ihr jetzt halt mit dem Standard Euromap und mit Cut Werte von 14, 14, 14, 46, 14, 86, 14, 78 und so weiter und so fort. Die ziehen sich hoch bis hier 80 Prozent, Rostelklappe 15, 19, 15, 17, also richtig unter Last. Sieht das nochmal ein bisschen anders aus als in dem normalen Raster. Und daher erkennen wir hier, auch hier in dem Bereich, relativ hohe Magerspitzen, die halt auch wieder dieses Ruckeln gerne erzeugen, gerade wenn man so 10, 20 Prozent Rostelklappe hat und hinter irgendeinem Auto hereiert. Das ist halt hier genau das, was wir eigentlich weghaben wollen. Die merken wir hier gar nicht so dramatisch und hier oben das wahrscheinlich auch nicht. Aber ihr seht auch hier bei Vollgas, das ist ja einmal Vollgas, hier untenrum ist alles fett genug. Aber hier oben ist auch wieder 14, 7, 14, 7, alles nicht so schön. So, dann haben wir den Lambda-Sondenmanager reingesteckt mit seinem Standard Mapping und wir sehen im Lasttest, ja, die schöne 13. Hier ist halt immer die 13. Glückszahl und 13, 8, 13, 69, 13, 68, 13, 63, also das ist alles so, genau so eigentlich, wo wir eigentlich hinwollen. Nicht zu fett und nicht zu mager, dass das Motorrad halt einen schönen, vernünftigen Antritt hat. Nicht ruckelt, seht ihr halt auch hier, jetzt haben wir das hier nicht mehr, hier bei 0, klar, das ist Schiebebetrieb. Aber hier haben wir jetzt 3 von 13, 9, 14 und da hört dieses Mager-Ruckeln auf jeden Fall auf. Genau das wollen wir eigentlich. Vollgas sieht dann ähnlich aus. Hier unten, gut, jetzt habe ich hier bis 9 nicht mehr gemessen, aber da wird es ja dann auch wieder auf 12, 8, hier 12, 92. Also genau so, da haben wir keinen, da ändert sich nichts Großartiges. Das heißt, wir haben hier im ganzen Drehzahlbereich eine leichte Anfettung und genau das wollten wir ja auch. Gut, dann kommen wir zum Leistungstest. Ja, der direkte Anschluss, ne, 116,26 PS von gerade mit dem Serienfahrzeug und nur mit dem SC Project Entraldämpfer. Und jetzt legen wir die Kurve drüber, das gleiche Setup mit dem Lambda-Sonnenmanager von der Firma Cobra im Standardmap. Und wir sehen, es wird noch besser. Da wir halt da ein bisschen Kraftstoff beifügen, wird es wieder im ganzen Drehzahlbereich, also zwischen 5, sogar hier weiter runter, ab 4,5 bis 8 wird es auf jeden Fall alles ein bisschen besser. Und wir sehen auch warum, wenn wir jetzt mal wieder uns die AFR-Werte angucken. Ja, rot ist das Euromap ohne Zusatzgeräte und blau ist die Kurve mit dem Lambda-Sonnenmanager. Hier sind wir ja schon fast bei, ne, bei den magischen 13,2. Aber hier liegen wir so bei 13,8. Liegen wir auch bei 13,8. Diese Wellen kommen eben halt daher, dass der Lambda-Sonnenmanager hat ja quasi ein Auto-Tune. Ihr müsst mit dem Ding ein bisschen fahren, damit er sich da quasi anregelt. Und nach 40, 50, 60 Kilometern liegt er wahrscheinlich hier fast auf dieser Linie. Wir wollen aber mit diesem Serien-Map eigentlich nicht in diesem Bereich, da kommen wir gleich zu, weil wir da auch nicht zu viel Kraftstoff reinballern wollen in den Motor. Ihr kennt das Thema Ölverdüttung. Gut, aber ihr seht, allein schon mit diesem Gerät kriegt ihr schon eine schönere Fahrbarkeit. Und die Beulen, die immer noch leicht da sind, werden noch ein bisschen besser weggebildet. Okay, dann kommen wir zum letzten Geheimnis dieses Gerätes. So, und jetzt vergleichen wir nochmal die komplette Serie mit jetzt dieser Geschichte. Also quasi SC-Project Schalldämpfer inklusive Lambda-Sonnenmanager. Und wir sehen jetzt natürlich hier eine doch große Leistungssteigerung. Und zwar halt, wir haben hier 93 PS zu 101 PS. Also mal eben locker 8 PS mehr. Und hier haben wir 87 Newtonmeter zu 94 Newtonmeter. Also wer so ein Serien-Ding hat und dann sagt, ja, ich will mal einen anderen Schalldämpfer holen und will noch ein bisschen das Ruckeln wegkriegen und noch ein bisschen Tacken mehr Leistung haben, ist dieses Paket schon mal richtig knaller und lohnt sich auf jeden Fall. Und dann kann man, wie gesagt, hier wirklich auf diese 2 PS, da können wir wirklich drauf verzichten. So, dann geht's weiter. Ja, ne? Der Sondenmanager verzieht uns die Breitband-Sondensignale so leicht, nicht riesig, leicht, dass wir eben halt ein leicht angefetteteres Map bekommen als Serie. Der Raster wird besser, habt ihr gesehen. Also von diesen extremen Magerspitzen, die sind auch weg, gerade im unteren Drehzahlbereich. Dadurch ist auch dieses Ruckeln weg. Das merkt man sogar, wenn man Serie fährt hier auf dem Prüfstand, wenn man in dem Bereich fährt, wie der Ding wirklich anfängt hin und her zu zockeln. Und wir kriegen ein besseres Drehmomentverhalten von, was war das, hatte ich gesagt, 4000 Umdrehungen ab bis knapp 8000 Umdrehungen. Also da haben wir leichte Mehrleistung, leichtes Mehrdrehmoment, bis zu, was hat man gesagt, 5 PS haben wir da mehr, so bei 6.500 Umdrehungen und auch knapp 6 Newtonmeter mehr. Also das ist natürlich eine ganz feine Sache und vor allen Dingen, die Kurve wird glatter, schöner und das Motorrad wird fahrbar. Also wie gesagt, wir kriegen nicht mehr Spitzenleistung, da wollen wir ja eigentlich auch nicht hin. Wir wollen eigentlich nur, dass das Motorrad an sich etwas ruhiger und sauberer läuft und da haben wir ja schon viel gewonnen und das ist ja eigentlich das Hauptziel der meisten, ich sage jetzt mal, Zweizylinderfahrer von diesen Modellen, gerade so auch im Bereich Adventure, wenn man da tatsächlich ein bisschen im Offroad unterwegs ist, ist eine schönere Gasannahme mit Sicherheit nicht falsch. So, jetzt hatte ich euch ja gesagt, dass diese Box noch was kann. Und zwar, wir können da eine Map umschalten. Also wir haben ein Serienmapping, nennen wir das mal, also das Euromap, was ihr gerade gesehen habt und wir haben noch ein sogenanntes Rennsportmap, was wir schalten können. So, schalten können wir das, also ich kann das, hier ist ein Schalter dran, das ist aber nur zu Testzwecken. Hier ist normalerweise ein, hier ist das zu Ende, so wird das ausgeliefert und hier ist ein kleiner Schrumpfschlauch drum, um dieses Ende des Kabels. Und den könnt ihr öffnen, mit einem kleinen Messer und da ist eine Kabelschleife drin. Und diese Kabelschleife könnt ihr durchtrennen oder später auch wieder zusammen löten, wie ihr Bock habt. Oder zum Beispiel, wie ich hier, einen Schalter dran machen. Dann könnt ihr halt den Durchgang öffnen, also, dass die Kabelschleife aktiv ist oder die Kabelschleife ist unterbrochen mit dem Schalter. Und dann schaltet ihr auf das Sportmap. So, und was das Sportmap kann, das sehen wir jetzt. Okay, so, und jetzt haben wir die Leistung von gerade, hier nochmal aufgerufen, mit eben halt dem Lambda-Sondenmanager, Euromapping und SD-Project mit CAD und mit dem Standardmap. Und jetzt haben wir das Ding mal umgeschaltet auf das Sportmap. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Ja, ne, nicht viel. Also, das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr minimal, was eben halt durch die, durch den höheren Kraftstoffeintrag beziehungsweise die höhere Kraftstoffmenge an Leistung kommt. Aber, wenn wir uns jetzt mal die Grafik anschauen mit dem AFR-Wert, sehen wir, dass dieses Map nur leicht anfettet oder fetter läuft als das Standardmap des Lambda-Sondenmanagers. Und das hat einen Grund, weil das ist halt sehr gut, weil wenn ihr jetzt mit dem Fahrzeug zum Beispiel öfters auf der Rennstrecke fahrt, dann wäre es anzuraten, dieses Map zu benutzen. Und man könnte natürlich dann auch wieder jetzt überlegen, wenn man sagt, ich baue mir eine Rennsportauspuffanlage drauf, muss ich ja ein dementsprechend fetteres Mapping benutzen. Und das könnt ihr dann zum Beispiel mit diesem Lambda-Sondenmanager mit der Stufe 2, also die Stufe Sport zünden. Und dann habt ihr auf jeden Fall die Kraftstoffmengen in einem so guten Bereich, dass ihr da auch unbedenklich ohne Überhitzung auf der Rennstrecke mit dem Ding ballern könnt, auf dem Track. Also daher, das auf jeden Fall zu empfehlen, aber das erkläre ich jetzt gleich nochmal. Ein Wunderwerk der Technik, würde ich sagen. Also was die Firma Koba hier abgeliefert hat, eine super Sache. Dementsprechend freuen wir uns natürlich, wenn jetzt der 690er Lambda-Sonnenmanager kommt, dass der genauso gut funktioniert. Also daher, wären wir da natürlich super froh. Die Einbau-Thematik ist auch kein Problem. Relativ simpel. Da kommt allerdings ein extra Video bei uns auf die YouTube-Seite, wo wir ein reines, also ein reines Einbau-Video für diese Box machen, damit niemand durch irgendwelche Sonntags-Videos scrollen muss und dann irgendwo gucken muss, wo war das. Daher bald auf unserer Seite. Warum erst bald? Da komme ich gleich zu. Jetzt kommen wir erstmal zu den beiden Maps. Was oder welches Map wäre für welchen Fahrer oder Fahrerinnen geeignet? Ich kann dann immer nur sagen, okay, Standard-Mapping ist eben halt für den ambitionierten Straßenfahrer. Ihr habt dadurch die Möglichkeit, dass dieses Mager-Ruckeln weg ist. Ihr habt einen schöneren Antritt unten raus. Ihr habt ein bisschen mehr Drehmoment, ein bisschen mehr Leistung im mittleren, oberen Drehzahlbereich. Und das ganze Motorrad läuft, ja, auf ganzer Strecke, ruhiger und angenehmer. Mit Luftfütterkassendeckel, mit einem zum Beispiel Serienschalldämpfer beziehungsweise Sportschalldämpfer läuft das Ding wunderbar. Gibt es dann in der Kombination einzeln oder halt mit Luftfütterkassendeckel von der Firma Cobot zum Beispiel. Also daher kann man dann da frei wählen. Das Map Sport, nennen wir es mal, ist halt dann mehr für den ambitionierten Straßenrennfahrer, würde ich sagen, der also viel mit diesem Okkulyten hier auf dem Track unterwegs ist. Und daher, ne, Cut raus, Map rein, das haben wir dann eben halt mit diesem Sportmap und sind quasi nahe am Evo, also am Evo-Mapping. Das Evo ist ja noch fetter, bedingt durch eben halt dann auch Rennsportanlage von Akra zum Beispiel, die gehört ja dann zu Akrapovic oder Akrapovic, schwöder falsch gesagt. Schalldämpferanlage dazu, kann man quasi jetzt hier mit vergleichen, ist ähnlich, nur nicht so viel, oder wird nicht so viel Kraftstoff eingespritzt wie beim Evo, aber trotzdem optimal für solche Umbau. Gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Und das kommt, wie gesagt, in den nächsten Tagen in den Shop. Warum erst in den nächsten Tagen? Weil die Firma Pilot Racing macht nämlich ab Montag Urlaub. Wir sind dann 14 Tage, haben wir die Bude zu, weil ich muss dringend offline gehen. Ich habe jetzt ja in diesem Jahr, im letzten Jahr auch schon, so viel Content rausgekloppt. Das wisst ihr ja. Und ich antworte ja auch immer bis spät abends, wenn ihr Fragen habt. Und das muss ich jetzt mal komplett auf Eis legen. Ich brauche dringend mal ein bisschen Pause, die Chevin und ich. Und daher werden wir jetzt ab nächster Woche komplett offline gehen. Ihr könnt uns zwei E-Mails schicken, das ist kein Problem. Und wir werden da auch immer ein bisschen was im Shop machen, wenn ich mal gerade mal wieder Langerweile habe. und das Buch ausgelesen habe. Dann gucke ich, was hier so geht. Aber momentan ist jetzt erst mal 14 Tage Ruhe. Ja, daher. Wenn ihr Videos gucken wollt, da oben geht es gleich zum nächsten Video. Die nächsten Videos von mir, neuen Videos, kommen dann natürlich erst wieder Sonntag in drei Wochen. Ich glaube, ihr werdet das überleben. Und daher würde ich jetzt sagen, macht es gut. Drückt mir die Daumen, dass ich ein bisschen schönes Wetter kriege, da ich die Füße hochlegen kann und wie gesagt, mal ein Buch lesen kann. Hau drin, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal.